so erhält es jetzt viel kurz zum video und so ihr wisst welchen vor der steht dann heißt es nur ist keine Verstellung zu gehen hierhin ging ja in der Autos aber ein bisschen kleiner Pfann fahrzeug und zwar der Polaris zu Türen zu kaufen hier ist auf verbindert es in der Videobeschreibung um um feld hier sie immer schienen die drei t die Fülle extrem gut 11 mit dem 4 PS in ja 4 PS und das kommen haben Schöpfer zu tun diesen Laufen t bei die Ticker sind bestanden bei Alter. Boah. Jetzt diesen Geil die Buggies. Oh Gott. Ja, gute. So. Schau mal, blieken gar um die Glocke. Ja, der hat uns erlöst. Man hört das Klöckern von dem... Ja, komm. Wird Stress. Wird schluss. Okay. Also... Ich muss sagen, von 0 auf 80, oder? Ja, sag mal 80, bin schon übelst gut. Ja, dann... Ein bisschen langsamer. Aufschlussend. Oh Gott, nein. So stabil ist auch. Man kann nur mit Unfall bauen. Das ist kein Problem. Äh, gutes Geländevertrag. Äh... Ja. Und es ist gut, wenn man wahrscheinlich nach Bauernbebel. Ich hab gedacht, kommt mal ein bisschen... Ein bisschen... Fangen und Verstellungen, weil... Letzten sind... Fend und... Autorotopft. Äh... Ja. Ja. Was hat schlimm Spaß mit. Oder 90 Sachen, die Straßen... Heiz in Europa. Links ist es wie gesagt, ne, die Beschreibung. Oh Gott, oh nein. Und ja. Ich sage, und das aus wie sie sind, weil sie sind. Wenn die Fälle sind, also wir schauen, wir sehen, zum nächsten Samstag. oder wenn man mal verstellen oder wieder Sonntag wenn Körsvermiede kommt ja und dann tschau